Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Heute wieder Update-Video gestern. Einfach mal die Sonne ein bisschen genossen. Es gab gestern sowieso nicht viel, deswegen habe ich gesagt, okay, ich verzichte heute mal dafür dann heute jetzt Video und heute Abend um 19 Uhr. Auf jeden Fall Livestream, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Markiert es euch schon mal. Link werde ich euch später noch in Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, was ist passiert? Wir traden momentan bei ungefähr 43.100 US-Dollar und bevor wir loslegen, habe ich ganz vergessen, lasst den Video auf jeden Fall, like da, abonniert den Kanal und aktiviert die schöne Glocke. Ding Dong. Ne, wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 43.100 US-Dollar. Das hat sich wenig getan. Wir halten weiterhin unseren wichtigen Abtrend. Sieht man auch hier ganz schön, die gelbe Linie ist so unser kleinerer Abtrend. Immer wieder schöner Bounce. Wir bilden higher highs, auch wenn es jetzt nur minimal ist. Wichtig ist aber weiterhin, das habe ich auch schon des Öfteren betont, weiterhin diese 45k. Die werden extrem wichtig werden und da sind wir noch nicht angelangt. Volumen bleibt eigentlich relativ konstant, sage ich mal. Also es sind so keine riesen Abflachen vom Volumen her. Trotzdem müssen wir uns immer mal noch auf so einen kleineren Rücksetzer gefasst machen, dass vielleicht nochmal Leute ausgeshakt werden. Momentan sieht es aber echt gut aus. RSI ist absolut noch neutral, sage ich mal. Also ein bisschen höher, aber trotzdem wichtig. Wie gesagt, einfach die 45k. Wir müssen diese 45k rausnehmen mit einem vielleicht schönen Retest, um dann weiterhin nach oben zu steigen. Aber der ganze Markt ist momentan bullish. Also wir sehen es hier am Rand, alle Altcoins vor allem relativ weit oben. Kommen wir jetzt gleich nochmal näher darauf zu sprechen. Bitcoin Dominance bei 42,5%. Also hält sich auch relativ stabil eigentlich, obwohl die Altcoins teilweise echt explodieren. Aber gut, werden wir weiter schauen. Wichtig ist, der Abtrend muss halten. Solange dieser hält oder beziehungsweise unser Trendkanal, wobei das jetzt auch nicht so ein wunderschöner Trendkanal ist hier. Wir könnten dann sagen, okay, wir bilden jetzt nach und nach so einen Rising Reg. Aber dafür ist es einfach noch zu früh, auch um generell bearish zu werden. Wir kommen aus so einer riesigen Akkumulationsphase oder Seitwärtsphase. Da jetzt schon von Moon 56k oder sonst was zu reden, ist noch ein wenig früh. Wichtig, Step by Step. Wir sind meistens schon in Positionen, die wo ich geteilt habe. Also Glückwunsch, wer da alles noch drin ist. Wichtig jetzt erstmal, wir müssen hier auf jeden Fall ein mögliches Rising Reg auf jeden Fall rausnehmen. Müssen wir mal im Auge behalten, dass wir jetzt hier nicht immer wieder rejected werden und nach unten hin, weil dann wäre es bearish und dann würden wir im Preistil von ungefähr 38k anbelangen. Wäre weiterhin unsere Seitwärtsphase. Also ihr seht, wir tendieren weiterhin unsere Seitwärtsphase. Rising Reg ist möglich, im Auge behalten. Ansonsten 45k, sobald wir die 45, 46k nach oben hin durchbrechen, dann können wir uns wirklich Gedanken machen über 56k und dann bullish zu werden. Ansonsten immer noch ein bisschen so Neutralität im Hinterkopf behalten. Aber wenn wir uns so die Altcoins angucken, Ethereum baut diese bearish divergence aus, würde ich aber momentan einfach nicht reinschorten. Also generell in Altcoins momentan irgendwie, nur weil der RSI übergekauft ist, reinzuschorten, würde ich nicht empfehlen. Auch hier könnten wir eine erste Andeutung sehen. Rising Reg wird zu, sage ich mal, 70% der Fälle nach unten hin aufgelöst, 30% nach oben hin. Aber auch hier ist es einfach zu früh und ich würde jetzt momentan in so eine Marktlage einfach nicht reinschorten. Also da bitte echt aufpassen, auch wenn der RSI, wir haben teilweise immer so einen RSI übergekauft. Wir können uns auch mal ganz kurz Cardano angucken. Cardano pumpt ohne Ende und der RSI ist übergekauft. Plus eine bearish divergence. Also echt aufpassen, niemals in so einen Trend reinschorten. Es kann einfach nur in die Hose gehen. Wir haben jetzt auch hier diesen Downtrend erst einmal durchbrochen, unsere grüne Linie. Plus wir haben ein higher high jetzt endlich mal gebildet. Dieses high zumindest rausgenommen. Noch bullischer wäre es natürlich, wenn wir hier das high bei ungefähr 1,26 Euro rausnehmen. Das wäre ultra bullish, um weiter nach oben hin zu steigen. Auch hier haben wir perfekt eigentlich den Swing Trade mitgenommen. Plus, was Felix ja schon mal in die Gruppe gepostet hat, hier dieses Adam and Eve Pattern, was ja jetzt perfekt ausgebrochen ist, sage ich mal. Retest ist ausgeblieben, aber wir brauchen auch nicht immer einen Retest. Da bitte auch ein bisschen aufpassen. Preisziel, wie gesagt, liegt hier bei 1,26 Euro. Besser wäre es natürlich so 1,27 Euro, 1,28 Euro. Dann kann es auch relativ flott gehen in Richtung 1,38 Euro. Aus dem Grund, ihr seht es hier drüben, haben wir wieder so einen Void. Krasser Abverkauf. Das heißt, null Volumen in diesem Bereich oder null Widerstandszonen. Das heißt, wir könnten hier locker durchballern, hier in diese Region hier nach oben. Also passt einfach wirklich auf mit den Shorten. Ich empfehle es euch nicht. Ansonsten schauen wir uns auch mal ein paar Altcoins an. Dogecoin, auch so ein Ding, wo ich auf dem Schirm habe, wo ich auch einen Trade gestern noch eröffnet habe. Auch hier ähnliches Bild. Adam and Eve oder Eva Adam, Peter, keine Ahnung. Müsst ihr wissen, wie er es nennt. Auch hier wäre es wichtig, dann so das Preisziel bei ungefähr 0,16 Euro. So um den Dreh würde hier bedeuten, höheres Hoch. Maximal wäre echt bullisch, wenn wir hier in diesem Bereich von 0,17 Euro hochgehen. Aber ist auf jeden Fall möglich. Wir können uns mal ganz kurz das Preisziel angucken. Also heute ist es ein bisschen Altcoin-lastiger. Auf eure Wünsche sage ich mal mit Rune und so. Also ihr seht auch hier, von dem Pattern her wird es perfekt passen, hier oben in diese Verkaufszone reinzugehen. Also da werde ich dann noch spätestens den Trade wahrscheinlich zu 50% zumachen. Aber ist noch ein bisschen zu früh, hier drüber zu sprechen. Altcoins picke ich mir einfach jetzt mal ein paar raus. Heute Abend können wir im Livestream nochmal genauer drüber reden. Vor allem Rune und so wurde sich gewöhnt. Schauen wir uns dann alles heute Abend in Ruhe an. Habe jetzt leider noch nicht die Zeit gehabt, deswegen mache ich jetzt erstmal die, wo ich auf jeden Fall Trades aufhabe. Was wir uns auch angucken können, Schieber. Auch hier warte ich noch einen richtigen Push nach oben langsam, weil wir sind aus dieser Seitwärtsphase rausgekommen. Symmetrical Triangle haben wir nach oben hin verlassen. Mit einem Retest. Volumen ist daraufhin angestiegen. Also es ist schon mal auf jeden Fall valide. Wir müssen aber noch dieses Hoch bei ungefähr 2, 5, 5, 4 rausnehmen. Und dann könnten wir auch hier in diesem Bereich von 2, 8, 6, 3 auf jeden Fall reinpushen. Also da habe ich auch noch einen Trade offen. Und was haben wir denn noch so? Was wir uns auch? Axie. Wer das mitgenommen hat, auch herzlichen Glückwunsch. Also auch hier, wir haben überall die gleichen Pattern. Auch hier wieder Adam plus Eve Pattern. So, nach oben hin ausgebrochen. Je nachdem, wo die Neckline ist, hatten wir hier sogar einen Retest. Und jetzt einfach nach oben pushen. Preisziel ungefähr 72 US-Dollar. Auch hier werde ich dann 50% rausnehmen. Und danach kann es dann relativ flott, sage ich mal, auch in den Bereich von 92 US-Dollar gehen. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch Potenzial von 45%. Also die Altcoins momentan vor allem richtig am Pushen. Volumen bei Axie ist sogar auch noch zugelegt. Also sowas wollen wir sehen in einem Abtrend. Vor allem bei Luna hatten wir das ja des Öfteren. Also es sieht momentan gut aus. Auch Litecoin habe ich weiterhin im Blick. Habe ich euch ja in die Telegram-Gruppe Litecoin-BTC-Chart, wo wir auf dem Weekly dieses riesige Falling-Redge-Pattern formen. Also Litecoin bin ich dieses Jahr auf jeden Fall extrem, extrem bullish. Können wir uns heute Abend auch nochmal alles in Ruhe angucken. Ansonsten shortet momentan nicht. Haltet euch, sage ich mal, neutral. Kopfsache, Mindset ist momentan in solchen Phasen extrem wichtig. Nicht überhastet jetzt irgendwelche Longs, weil wir es heute früh auch schon in der Gruppe hatten. Ah, ich bin jetzt bei dem Altcoin-Long. Ah, tut sich nicht. Nur weil jetzt viele, ich sage jetzt mal viele in Anführungszeichen Altcoins pumpen, heißt das nicht, dass jeder ausbrechen muss. Wir hatten das im letzten Bullrun, also in Klammern Bullrun, bei Polkadot zum Beispiel. Jeder, oh ja, alles pumpt, alles pumpt. Und Polkadot hat sich nicht bewegt und viele sind dann in ihren Positionen drin geblieben. Also bitte ein bisschen aufpassen, in welche Coins ihr reingeht. Schaut, ob eure TA passt. Ansonsten sieht es momentan wirklich gut aus. Aber Bitcoin muss sich einfach noch ein bisschen nach oben berühren. Also so diese 45k möchte ich auf jeden Fall anlaufen. Am besten noch vor dem Wochenende. Übers Wochenende könnten wir dann einfach so, was wir letzte Woche geplant haben, einfach oben drüber diese 48k erstmal rausnehmen. Widerstände rausnehmen und dann am Montag nochmal einen Rücksetzer. Und dann so wäre eigentlich so dieser Plan momentan. Aber gut, wir haben es nicht in der Hand. Schauen wir mal weiter. Ansonsten schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Diese Akzeptanz hat Krypto in Deutschland auch interessante Statistik. Werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten, den Artikel. Und Blockpit-Erfahrungen. Also wer das Tool nutzt, haben wir auch noch einen Artikel drüber gemacht. Beziehungsweise der Jonas hat einen Artikel darüber geschrieben. Werde ich euch alles später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, wir hören uns heute Abend um 19 Uhr auf YouTube. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten, bis heute Abend. Wünsche euch noch einen schönen, entspannten Nachmittag. Traded nicht zu viel, guckt nicht zu viel die Charts an. Genießt auch mal das Wetter. Tut wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, stay Krypto. Bis heute Abend.